Eine Bauchdeckenstraffung kommt dann für Sie in Frage, wenn bei Ihnen ein Gewebeüberschuss am Bauch vorliegt. Dieser kann sowohl ober als auch unterhalb des Bauchnapels sein. Viele Patienten, die sich mit diesem Thema bei uns vorstellen, haben viel Gewicht verloren oder Schwangerschaften hinter sich. Oft kommt es danach nicht zu einer ausreichenden Rückbildung der Haut, die man dann im Rahmen einer Bauchdeckenstraffung entfernen kann.